T-Time, der Golf-Podcast. Mit Jens Zelinski und Golf-Profi Florian Fritsch. Herzlich willkommen. Wir sind heute nicht im Fernsehen, wir sind nicht auf YouTube. Wir sind einfach mal wieder so ganz normal zusammen, wie wir das in einem Audio-Podcast einfach so gewohnt ist. Hier ist euer Lieblings-Golf-Podcast. Florian Fritsch ist da und auch Bernd Ritthammer ist am Start. Guten Tag zusammen. Hallo Jens, hallo Bernd, grüß euch. Guten Abend. Hi. Wir haben gerade in unserem kleinen Vorgespräch festgestellt, Flo hat eine mega Neuigkeit für Bernd, die wir gleich teilen wollen. Weil Bernd weiß noch gar nichts offiziell. Wir fangen also gleich mit Big News an in dieser neuen T-Time-Folge. Okay, Bernd, ich weiß ja, dass du manchmal nicht so allzu top informiert wärst. Deswegen übernehme ich das jetzt für dich als Nicht-Mitglied der European Tour. Ich darf dich jetzt hochoffiziell darüber informieren, dass ein Turnier nicht stattfinden wird und leider werden die BMW Open in München, Nord, Eichenried in diesem Jahr nicht stattfinden. Ja, es ist interessant, dass ich davon noch nichts wusste. Also wir haben ja in den letzten Folgen bereits spekuliert und ich glaube, es war natürlich abzusehen. Aber du sagst auch, das war jetzt gerade schon online zu lesen auf offiziellen Golfseiten und ich als European Tour Mitglied habe aber darüber bisher keine E-Mail und Info gekriegt. Das ist schon lustig, wie die Kanäle so funktionieren. Also inzwischen sind wir Spieler anscheinend, naja, nach hinten gerutscht in der Hierarchie, aber gut, es war irgendwie, man hat es leider erwartet, aber natürlich extrem schade. Das ist das einzige Turnier vor der Haustür. Sehr, sehr schade, aber gut. Ja, das ist allerdings richtig. In der letzten Folge haben wir noch drüber gesprochen, über die letztjährigen BMW International Open. Da wurde ja Frust trinken im P1, weil alle irgendwie nicht den Cut geschafft haben, fabriziert. Das umgehen wir aber damit auch in diesem Jahr. Also vielleicht kann man dem Ganzen auch ein bisschen was Positives abgewinnen, um Gottes Willen. Wie ist denn das eigentlich normalerweise? Kriegt man da jede Woche von der European Tour einfach eine E-Mail in der aktuellen Zeit, in der dann ganz genau aufgelistet wird, so sieht es momentan aus. Die und die Turniere werden verschoben, die und die Turniere sind abgesagt. Wie war bis jetzt die Kommunikation? Also bis vor kurzem war es eigentlich so, wie du sagst, Jens. Wir hatten im Schnitt wahrscheinlich einmal die Woche eine E-Mail von unserem CEO, dem Keith Pelle. Und da wurde eben über den aktuellen Stand informiert. Und es war eigentlich jetzt in jeder E-Mail so, dass weitere Turniere verschoben, also die meisten Turniere sind ja nach wie vor verschoben und nicht abgesagt. Wobei sich die Absagen auch häufen. Und wenn man so, also man kann schwer glauben, dass eben diese ganzen verschobenen Turniere stattfinden können, weil uns einfach die Wochen dieses Jahr ausgehen. Aber es war eigentlich bisher schon so, dass wir da immer relativ aktuell informiert wurden. Aber jetzt, wie gesagt, mit der BMW International Open zum Beispiel, das kam, also das stand bisher noch in keiner E-Mail. Wahrscheinlich wird vielleicht morgen mal eine kommen. Aber bisher wurden wir relativ regelmäßig abgedatet, auch wenn das sehr, sehr vorsichtig gemacht wurde. Also sehr graduell, vielleicht anders als in anderen Sportarten, wo früher mehr abgesagt wurde. So passiert das bei uns im Golf sehr graduell. Aber das ist natürlich auch verständlich, weil die Verantwortlichen versuchen ja trotzdem in allen Möglichkeiten oder wollen halt einfach so lange wie möglich abwarten, ob man nicht doch irgendwie eine Chance sieht. Und deswegen ist es wahrscheinlich verständlich, dass jetzt nicht jetzt schon irgendwie alles bis Ende, bis September abgesagt wurde. Ja, sowieso hat sich ja seit unserer letzten Folge in der letzten Woche einiges getan. Ich kann mich erinnern, wir haben Freitag die neue Folge rausgehauen. Und ich glaube, Freitagnachmittags hat dann Flo schon die erste WhatsApp in die Runde geschickt, dass Baden-Württemberg entschieden hat, dass Profi-Golfer tatsächlich ab letzten Samstag schon trainieren durften dürfen. Schrägstrich. Wie war das jetzt in den letzten Tagen? Flo durfte trainieren, du Bernd in Bayern nicht? Oder wie ist das jetzt? Ja, genau richtig. Also Baden-Württemberg hat eine Sondergenehmigung erlassen. Die startete mit den Fußballern letzte Woche am Dienstag und unsere, boah, jetzt muss ich es richtig hinkriegen, unsere Arbeitswirtschafts- und irgendwie Häuseraufbauministerin, Häuslebauerministerin Eisenmann hat natürlich gesagt, okay, wir wollen das nicht nur auf die Fußballern beschränken, sondern alle Sportler sollten keinen Wettbewerbsnachteil haben. Und deswegen wurde nach einer Regelung gesucht, wie man das auch auf die Golfe ausweiten kann. Weil wen, welche Gruppe definierst du da? Berufsgolspieler, Nationalkaderspieler, Erste Liga, Zweite Liga? Das ist ja bei uns auch irgendwie schwer, weil wir ja keine Profi-Erste- und Zweite-Liga-Mannschaften haben, sondern eigentlich nur Amateur-Mannschaften. Und wenn wir jetzt den Nationalkader nehmen, dann sind mindestens zwei Drittel der Spieler in dem Nationalkader halt Amateure und keine Berufsspieler. Das heißt, dort würde man, jetzt bin ich mal richtig böse, vielleicht die Falschen irgendwo, sag ich mal, mit einer Erlaubnis ausstatten. Und da gab es dann diese Erlaubnis, die auch Berufsgolspieler, Vereins- und Verbandsunabhängig sind, mit reingenommen wurden, dass auch die trainieren dürfen. Das wurde natürlich sehr heiß diskutiert, als das rauskam, weil die Headline war jetzt natürlich nicht so differenziert dargestellt, sondern mehr so, Prost, dürfen wir wieder trainieren. Und dann wurde das halt extrem, wie soll ich sagen, also es war schon 80-20 für die Leute, die gesagt haben, das ist doch unfair, das ist doch nicht richtig. Entweder alle oder keiner, das kann ja wohl nicht angehen. Und das wurde sehr, sehr negativ diskutiert von der deutschen Golf-Öffentlichkeit. Darf ich da mal kurz reinbrechen? Gerne. Das ist ja eigentlich ziemlich lächerlich, finde ich. Also die Leute, die das nicht verstehen, dass man die Golfplätze noch nicht offen hat, ist eine andere Thematik. Da kommen wir, glaube ich, später drauf zu sprechen nochmal. Aber jemand, der das unfair findet, dass ein Profi wieder trainieren darf, was, ich meine, das ist unser Job, hallo, und aber er selber seinem Hobby nicht nachgehen darf, also da habe ich leider auch gar kein Verständnis dafür. Also für Amateure, die so denken. Die andere Sache ist, grundsätzlich die Golfplätze wieder öffnen wegen dem geringen Risiko, aber das ist was anderes. Aber das wollte ich nochmal kurz, musste ich jetzt schon mal kurz loswerden. Es gibt aber auch tatsächlich den einen oder anderen Hobbygolfer, der es tatsächlich gar nicht gerafft hat. Ich habe gelesen, letzte Woche hat die Polizei in Köln tatsächlich einen Spieler mit drei Gästen vom Platz geholt. Das Green Fee hatten sie tatsächlich in Umschläge in den Briefkasten geschmissen und der Typ hatte drei Kumpels eingeladen, drei Gäste, die Green Fee bezahlen mussten. Und die haben dann einen Vierer-Flight hingekriegt und haben eine Runde gespielt. Und ich glaube, an Loch zwölf oder so stand da eine Streife und hat dann gesagt, Leute, alles okay bei euch und wirklich passiert. Wahrscheinlich haben sie auch noch Scramble gespielt, dass hier dann auch gegenseitig die Bälle anfingert. Wahnsinn, also völlig bescheuert die Leute, echt haben echt einen an der Waffe. Okay, sorry Flo, ich wollte dich nicht unterbrechen. Kein Problem, nee. Allerdings bei uns in Baden-Württemberg ist es halt jetzt möglich, die Ausnahmeregelung spricht ganz klar von Bundeskader-Athletinnen und Athleten sowie paralympische Bundeskader-Athleten und Athleten, die am Bundesstützpunkt der Spitzenverbände des Sports trainieren. In dem Fall ist halt St. Leon Roth der einzige deutsche Bundesstützpunkt. Und deswegen darf eigentlich jeder, der im Nationalkader ist, dort trainieren. Dann ausgenommen sind Profimannschaften der 1. und 2. Bundesliga aller Sportarten. Ja, das heißt also, auch die Handballer dürfen jetzt eigentlich trainieren oder Tischtennisspieler oder was auch immer. Und unter Punkt 3 steht Selbstständige, Vereins- oder Verbandsungebundene Profisportlerinnen und Sportler ohne Bundeskader-Status. Auf unsere Sportart bezogen, das wären halt dann die ganzen Golfer, die eben nicht im Kader sind. Die dürfen auch trainieren. Die Erlaubnis spricht ganz klar davon, dass alle Golfplätze als möglicher Trainingsort infrage kommen. Denn dies muss aber von dem zuständigen Gesundheitsamt erlaubt werden. Und am Ende hat natürlich auch noch der Golfplatz selber durch sein Hausrecht noch ein Sagen darin, ob das auch tatsächlich stattfinden soll. Okay, also unter euch Profis dürfte aber jetzt Bernd sich morgens um 5 in München ins Auto setzen, nach St. Leon Roth fahren, um dort zu trainieren. Ja. Er könnte auch bei dir in Stuttgart trainieren. Ach, wie schön. Er könnte auch bei dir in Stuttgart trainieren. Ich habe ja gerade gesagt, wenn dein Gesundheitsamt sagt, das ist in Ordnung. Wenn man sich mit dem Golfclub einigt. Und der Golfclub auch sagt, ist kein Problem, dann könnten wir auch dort trainieren. Also wir könnten auf jeder Anlage in Baden-Württemberg trainieren, solange ein Gesundheitsamt und Golfclub mitmacht. Wie wirkt so eine Entscheidung auf dich, Bernd, in München, wenn du weißt, Flo darf jetzt in St. Leon Roth wieder die Bälle aus der Range rausschießen und du sitzt in München und denkst dir, habt ihr sie alle noch alle hier? Ja, man fühlt sich natürlich da schon an einer kürzeren Leine. Aber ja, ich meine, es ist jetzt ja auch vor allem spätestens seit gestern nochmal rausgekommen durch das offizielle Statement der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin, also dass unser Herr Söder der Hardliner zu sein scheint innerhalb von Deutschland, was die Lockerungen angeht. Also es ist ein ganz klarer Plan. Der ist einfach, der greift durch. Und also man kann das ja gut oder schlecht finden, aber natürlich ist es jetzt gerade ein bisschen ungünstig für mich persönlich, dass ich eben gerade hier lebe, wo, also Gefühl, das hört sich, also es wurde ja auch irgendwie bisher noch gar nichts in Aussicht gestellt. Also ich habe jetzt noch nicht gehört, ja, ich meine, Österreich hat jetzt ja bekannt gegeben, ab 1. Mai Golfplätze wieder offen alle. Und ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt, aber ein Datum gibt es jetzt noch nicht, hier in Bayern, das auf Golfplatzöffnungen hoffen lässt. Also natürlich hoffen wir trotzdem dann wenigstens irgendwie in zwei Wochen oder so Anfang Mai, weil man natürlich schon, wir haben es ja auch schon häufiger diskutiert, man kann die Gefahr natürlich da schon sehr, sehr begrenzen. Thema oder Stichpunkt skandinavisches Modell, hatten wir ja das in der letzten Folge besprochen, wie man es machen könnte, maximal zwei Flights, alles ist geschlossen, man darf nichts anfassen. Oder zumindest, wie gesagt, dass man sagt, man macht es wie in Baden-Württemberg, dass Profisportler hier trainieren dürfen. Ich meine, der FC Bayern darf auch wieder trainieren, aber der FC Bayern ist halt der FC Bayern. Ja, der FC Bayern ist super. Die dürfen halt, die dürfen vielleicht so einiges, was fragwürdig ist. Und deswegen ist das nicht vergleichbar, aber natürlich denkt man sich schon, also ich meine, wieso darf ich hier als Profi meinem Job nicht nachgehen, wenn ich tatsächlich dann ja wirklich eigentlich null Risiko darstelle. Aber es ist so, die Entscheidung ist im Moment so, klar irgendwie, trotzdem ist die Situation immer noch better safe than sorry, finde ich. Ja. Und man muss, wie gesagt, jetzt, wenn wir gerade schon von neuen Absagen, von Turnierabsagen geredet haben, ich meine, es ist immer noch wahnsinnig lange Zeit ohne Turniere. Also wir reden ja schon von Juli. Wir reden ja Mitte, Anfang Juli. Wir reden ja schon, genau. Und wahrscheinlich ist es immer noch nicht das Ende. Also, und man muss wirklich, es hört sich so traurig an, aber ob ich jetzt wieder trainieren anfange oder in drei oder vier Wochen spiele, de facto fast kein. Also, weil meine persönliche Erfahrung ist, natürlich macht dich Training besser, aber Training ohne ein klares Wettkampfziel. Mein Training musste immer, wie sagt man, zielweisend sein. Ich musste immer wissen, okay, ich trainiere jetzt, weil ich in, keine Ahnung, und es kann ja auch in längeren, aber weil ich in vier oder fünf Wochen tiehe ich da auf und da will ich das und das verbessert haben. Und ich finde, wenn man diese regelmäßigen Turnierproben, würde ich sie fast nennen, nicht hat, dann wird das Training irgendwann so zum Selbstzweck oder verkümmert zum Selbstzweck. Und das, also ich weiß es nicht, also ob ich jetzt, ich sage es mal so, ob ich jetzt drei Monate oder zwei Monate vor meinem Turnier mit das Turnieren anfangen, wird, glaube ich, meine Performance im Turnier nicht beeinflussen. Also, das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie Flo das sieht, aber... Nee, ähnlich. Also, wenn du so diese gefühlt schon eh lange, lange Winterpause irgendwo hast, bis auf diese zwei, drei Turniere, die ihr unten in Südafrika hattet auf der Challenge-Tour. Ihr hattet ja im Januar diese Challenge-Tour-Turniere, ich glaube auch in den Februar rein, und dann wäre es ja eh erst im Mai weitergegangen. Das heißt, du hattest ja schon ziemlich... Genau, also ich meine, Kenia wäre natürlich noch gewesen, aber ich hätte auch zwischen Kenia und meinem nächstmöglichen Turnier, wären, glaube ich, auch sechs Wochen gewesen. Wie sieht denn deine Arbeit mit deinem Trainer aus in der Trainingsplanung? Also, ich sage jetzt mal, jetzt kriegst du halt jede zweite Woche irgendwie eine neue Info, dass jetzt was abgesagt ist oder was nicht geht oder verschoben ist oder dass die Regeln sich geändert haben. Wie ist das so, das Telefonat so, yo, Coach, jetzt ist mal wieder hier das, okay, wir brauchen jetzt wieder einen neuen Plan. Das war ein ganz toller Plan, den du gemacht hast vor letzter Woche, aber den kann ich jetzt in den Kopf schmeißen. Und wir sind da inzwischen, Gott sei Dank, eingespielt genug und auch alt genug beide, um gar nicht über sowas zu reden, weil es einfach sowas von sinnlos ist im Moment. Also, erstens mal kann ich ja, wir hatten ja gerade das Thema, ich könnte natürlich auch rein theoretisch, das haben wir in Rot fahren. Da habe ich aber einfach das Problem, dass meine Frau jetzt wieder arbeitet und wir keine Kinderbetreuung haben. Das heißt, ich muss zu Hause sein, ganz einfach. Und das ist gerade die Priorität, weil irgendjemand muss ja Geld verdienen und ich kann es gerade nicht. Und ich kann es auch noch länger nicht, so wie es ausschaut. Und deswegen nehme ich gerade eigentlich die Rolle des Hausmanns ein und habe auch gar keine Wahl diesbezüglich. Ich meine, du kannst ja auch nicht Oma und Opa holen zum Kind oftmals. Du kannst ja wirklich gar nichts machen. Und deswegen ist das für mich gerade alles wirklich, also das spielt gerade alles keine Rolle. Ich meine, ich hier zu Hause, ich meine, ich jetzt dann zum 50. Mal, mich auf meine Pappmatte zu stellen, machst du halt dann. Aber das ist gerade einfach, also es ist gerade wirklich, Golftraining ist gerade weit im Hintergrund. Weil erstens mal, weil es gar nicht geht und weil es auch einfach gerade, ja, weil du einfach, weil alles, was in irgendeiner Form, Performance oder Turnierpräsenz, das ist alles, es ist ja fast schon, es steht ja in den Sternen. Und ja, die Zukunft, mal schauen. Also ich meine, die E-Mails, die wir bekommen von der European Tour, die letzte, kam ja letzte Woche irgendwann, werden schon auch von Mal zu Mal ein wenig pessimistischer zwischen den Zeilen. Was so die Zukunft angeht der European Tour und was sie denken. Ich meine, da ist schon immer mehr die Rede von Gürtel enger schnallen. Wenn es wieder losgeht, Preisgelder werden sicherlich sinken. Die Qualität der Turniere wird untergehen. Also solche Dinge wie Players Lounge, solche Dinge wie Shuttle Service, da wird sicherlich gespart werden. Erstmal, also diese Turniere werden nicht mehr dieses, diese, wie soll man sagen, diesen Standard erstmal haben können. Und also diese ganzen, das sind ja auch keine Signale oder das sind ja keine E-Mails, die man liest und sich denkt, ja, es geht bald wieder los. Sondern es ist eher das Gegenteil der Fall. Der neue, der Wiedereinstieg berückt immer in weitere Ferne mit jeder E-Mail. Also obwohl immer mehr Tage vergehen, wir entfernen uns trotzdem immer weiter vom nächsten Turnierstart. Und ja, das ist schon schwierig. Also aber bei mir muss ich ganz klar sagen, nur zum Abschluss zu kommen. Es gibt gerade, ich habe gerade gar nicht den Luxus. Ich habe eine ganz tolle Rolle. Ich bin gerade Hausmann, weil wir keine Möglichkeit haben, mit kleinem Kind arbeite ich. Und alles andere ist Luxus. Also alles andere kann ich mir gerade auch gedanklich gar nicht leisten. Okay. Ja. So, dann haben wir eigentlich schon ein paar komische Sachen heute abgehandelt. Komisch erstens für Bernd war, dass Flo schon vorher wusste, dass die BMW International Open nicht stattfinden. Das Zweite, was jetzt auch komisch klingt, ist, du kannst es erklären. Ich kann das erklären. Dadurch, dass sie in Großbritannien jetzt alle in, sage ich mal, For Loafing, also Kurzarbeit-Zwangsurlaub geschickt wurden, bin ich jetzt der offiziell für Bernd eingeteilte Kommunikationsmensch. Ah ja, Inspektor. Inspektor Fritsch. Ja, genau, richtig. Also du kriegst jetzt durch mich alle Infos. Das ist nett. Ich bin da für dich, Bernd. Super. Danke. Zweite komische Nachricht in unserem heutigen Podcast zu dieser Zeit in der Corona-Phase ist, dass wir einem Deutschen zu einem Turniererfolg gratulieren dürfen. Alex Jäker hat auf der Outlaw-Tour, die gehört zur sogenannten Golden State Golf-Tour, habe ich noch nie gehört, gewonnen. Und das Turnier ging vom 13. bis 15. April. Unglaubliches Preisgeld. 5.000 Dollar hat Alex abgesahnt. Wahnsinn. Runden 63, 69 und 64. Gesamtscore minus 14 und wir dürfen gratulieren. Alex hat ein Golfturnier gewonnen. Hä? Ich dachte, auf der ganzen Welt wird kein Profisport mehr gemacht. Was ist denn das jetzt? Ja, das hört sich echt komisch an. Ich glaube, wir können aber auch noch zwei anderen Deutschen gratulieren. Und zwar die Paul-Brüder Jeremy und Yannick. Das sind, glaube ich, beides Spieler, die unter Ted Long aus Mannheim trainieren. Von dort kommen die beiden auch. Seit Ewigkeiten in Mannheim, Jugend und auch im Herrenbereich gewesen. Dann drüber und rüber aufs College. Und seitdem sind sie auch dort drüben. Diese Outlaw-Tour ist eine von ganz, 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 ganz vielen kleinen Satellite-Tours. Ich glaube, die bekannteste bei uns hier drüben ist so die Hooters-Tour. Das ist auch so eine ähnliche. Und von denen gibt es einfach ganz, ganz viele. Für, sage ich mal, Profis, die halt nur nicht auf der Corn Fairy Tour oder auf der PGA Tour spielen. Die ist halt sehr regional auf Arizona und New Mexico beschränkt. Und auch die müssen unter Strengen Hygiene-Vorschriften spielen. Also es gibt zum Beispiel... Ja, ja. Also hier, ich habe es da... Ja, du hast wahrscheinlich eine Liste vorliegen, oder? Die Bunkerrechen wurden vor dem Turnier entfernt. Die Spieler durften die Flaggenstöcke nicht berühren. Die Löcher wurden mit einem speziellen PVC versehen, damit die Bälle nicht so tief runterfallen. Genau, also lauter so Zeug. Das haben sie alles durchgezogen und das nächste Turnier auf dieser Tour ist jetzt vom 21. bis 22. April. Also es geht direkt weiter. Ich verstehe das aber nicht. Wieso gibt es dann doch irgendwo irgendwelche Touren, die dann doch ganz normal funktionieren? Wunderlich zu sagen, dass es dich wirklich wundert, was in Amerika so passiert bei der guten Führung. Ich wollte jetzt noch nicht so schnell die Kurve... Bei der strukturierten Führung. It's great. It's great. It's a great tour. It's great. It's the biggest tour in the world. Jetzt mal um ein bisschen Inhalt reinzubringen, das ist halt einfach dem föderalen System in den USA geschuldet. Ich meine, bei uns sind wir ja genau das Gleiche. Alles klar. Also der Bernd, der hockt jetzt bei sich und kann nichts machen und ich bin hier und darf in St. Leon Roth Golf spielen. Und drüben ist genau das Gleiche. Ja. Sehr gut. Auf jeden Fall hat Alex Schäker gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, wenn es so läuft. Freuen wir uns ja. Grüße nach Arizona. Wahnsinn. So, dann kommen wir aber jetzt wieder zu den wirklich schönen Dingen des Lebens. Wir haben Post bekommen. Wichtigen Ding. Moin, liebes Tea-Time-Team. Eine lange, lange E-Mail. Ich lese sie ausführlichst vor. Erstens, ich bin ganz neu bei euch und finde die Möglichkeit von Fragen sehr spannend. Jetzt Achtung. Mit meiner Partnerin schaue ich aktuell die Aufzeichnung der Finalrunden der Masters, British Open und so weiter. und habe jetzt eine erste dumme Frage. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Ich schreibe sie mir auch, ja. Schreib mal mit. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass tatsächlich mal ein Ball verloren geht? Es stehen ja überall Kameras. Die Zuschauer stehen gefühlt an jeder Ecke. Finden Spieler den Ball, sofern spielbar daher meistens wieder? Fragezeichen. Das ist die erste Frage von einem Typen, der einen super Vornamen hat. Jens, Erik mit zweit Namen. Vielleicht wollen wir erst die erste Frage beantworten. Davon gehe ich aus. Coole Typen sind immer Stuttgart-Fan. Also wollen wir erst mal die erste Frage uns genauer angucken. Also kann tatsächlich auf einem Profiturnier ein Ball verloren gehen? Fragezeichen. Also auf unserem Kontinent, ja. Leider hefter als uns lieb es, oder Bernd? Ja, also in Europa ganz klar. Also ich meine, natürlich muss man unterscheiden. Je größer das Turnier, desto mehr Zuschauer und desto häufiger findet man seinen Ball. Aber ich meine, nehmen wir ein prominentes Beispiel, was vielleicht auch wirklich viele Spieler, also auch viele Amateure, weil sie schon mal dort waren oder ganz gut kennen, den Golfplatz Eichenried bei der BMW Open. Mir fällt zum Beispiel ein, Loch 9, links. Stimmt. Links neben diesen Bäumen. Also da steht häufig mal richtig hohes Raff. Und wenn du da reinhaust, hast du eigentlich keine Chance, den Ball zu finden. Vor allem auch, weil die Zuschauer rechts stehen. Oder der Schlauch da hinten, die 14, ne? Okay. Also das heißt, in Europa, auf European Tour-Turnieren, gibt es häufig genug hohes Raff irgendwo. Oder ich meine, gut, Büsche, er sagt ja, spielbar. Büsche ist vielleicht ein anderes Thema. Deswegen in Europa ganz klar. Und ich meine, sobald man auf kleinere Touren geht, Challenge-Tour, Satelliten-Touren, natürlich noch mehr, weil da kaum Zuschauer rumlaufen. Und dann ist es so, wie jeder Amateurgolfer, wenn er irgendwo spielt, auf Greenfield, und da ist irgendwo hohes Raff, dann bist du da und dann suchst du ja mit deinem Flight, jetzt inzwischen nur noch drei Minuten. Drei Minuten sind schnell um und dann ist es erledigt. Also in Amerika sicherlich anders, weil, also in Amerika gibt es die seltensten Golfplätze, die diese Jungs da spielen, haben hohes Raff. Also da gibt es eigentlich nur Wasser, wo du den Ball verlierst. Fast immer, würde ich sagen. Ja. Und deswegen wird auf der PGA-Tour, glaube ich, werden extrem selten wirklich Bälle verloren. Aber, also ist differenziert. Sicherlich, je mehr Zuschauer, desto größer die Chance, aber hängt ganz stark von der Platzarchitektur ab und vom Setup oder vom Layout. Die zweite Frage, da geht es um Athletik. Er schreibt, im Netz geistern tausende Anleitungen herum, die einem Sportübungen für zu Hause anbieten, jetzt in der Corona-Phase. Eigentlich klasse, aber wie kann ich mir zu Hause einen vernünftigen Plan aufstellen? Was mache ich, in welcher Abfolge und Intensität? Habt ihr Tipps und Anregungen für den lieben Jens-Erik? Was soll ich mal? Das ist dein Metier. Du bist hier der Fitnessbeauftragte. Also ich finde, also er hat völlig recht, der liebe Jens. Liegt am Namen, das ist ja recht. Ja, es gibt wirklich wahnsinnig viele und das fällt mir auch selber auf, weil natürlich gerade die Zeit, jeder versucht in irgendeiner Form auch online was zu verkaufen, sind wir ja mal ganz ehrlich. Und es gibt wahnsinnig viele Fitnessideen und Anleitungen, wie Homeworkouts und was man sich alles kaufen kann für zu Hause, 30 verschiedene Terrabänder und was auch immer. Ich finde, bei sowas, man muss halt immer überlegen, was will man erreichen? Also ich schätze jetzt mal, es geht irgendwie bei ihm vielleicht um golfspezifisches Training. Will er erreichen, dass er länger schlägt oder will er erreichen, dass er sich nicht verletzt? Oder will er einfach einen stabileren Schwung haben? Also deswegen finde ich das wahnsinnig schwer zu beantworten, weil Fitness ist immer ganz klar, was willst du erreichen? Willst du Fett verlieren, wie der Flo meistens? Oder willst du Fett verlieren, willst du eine bessere Ausdauer erreichen oder willst du einfach nur kräftiger werden oder willst du einfach einen Ball weiterschlagen? Und das differenziert natürlich ganz klar das Training, wie du es gestalten musst. Also ich meine, macht man eher in Richtung Cardio, macht man High-Intensity-Training oder wenn man sagt, okay, man will irgendwie Gewichte stemmen, dann muss man sich irgendwie Gewichte nach Hause holen. Aber was sicherlich, also als Golfer, wenn man jetzt sagt, als durchschnittlicher Golfer, man will so ein bisschen was tun und will vielleicht seinem Schwung was Gutes tun, dann würde ich immer empfehlen, jetzt ist super viel Zeit, um an so einer Beweglichkeit zu arbeiten. Beweglichkeit und so Core-Strength, also die klassischen Übungen am Boden, die keiner mag, so Frontalstütz, Seitstütz, einfach Rücken und Bauchstärken und dann Flexibilität. Habt ihr mitbekommen, dass letztens ein 60-jähriger Marine oder was auch immer in den USA den Unterarmstütz vorne mit 8 Stunden, 15 Minuten neuen Weltrekord aufgestellt hat? Ich wusste, dass der Weltrekord total krass ist, aber irgendein Chinese hatte den bisher, aber wurde der nun wohl gebrochen, ja. Alter, das ist doch bescheuert. Ach ja, das ist wahnsinnig. Über 8 Stunden im Unterarmstütz. Ich kann doch nicht mal 8 Stunden einfach nur stehen. Das ist wie dieser eine Rekord mit dem Luft anhalten. Also, wir reden jetzt nicht von unter Wasser, sondern einfach nur die Luft anhalten. Der Rekord liegt irgendwie bei 22 Minuten oder sowas. Ja, also völlig gut, weil ich habe das noch im Kopf, weil ich weiß, da kannst du irgendwie so eine Folge How I Met Your Mother oder sowas anschauen währenddessen. Das stimmt, das stimmt. Und deswegen bin ich mir recht sicher, dass ich jetzt keinen Schmarrn erzähle. Es sind wirklich, also ich glaube, es sind über 20 Minuten, also 21 oder 20 Minuten. Nein, um Gottes Willen. Aber ich habe in der Corona-Zeit, hat man ja viel Zeit, auch wirklich einen Quatsch zu lesen. Ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, warum es, jetzt nicht lachen, vielleicht wisst ihr es auch nicht. Ich habe es getestet, ich habe drei Leute gefragt, alle drei wussten es nicht. Wisst ihr, warum es Paprika in Grün, Gelb und Rot gibt? Boah, das weiß ich echt nicht. Das weiß ich echt nicht. Mensch, und jeder denkt, viel zu kompliziert. Die Farben zeigen den Reifegrad der Paprika. Was? Ja, das wusste ich nicht. Das wusste ich auch. Ja, Grün ist immer quasi noch nicht reif. Gelb ist die Zwischenstufe und Rot, deswegen sind die Roten auch immer so süß und die Grünen immer so ein bisschen bitter. Deswegen schmeckt mir Grün nicht. Das macht alles Sinn. Und Rot ist quasi die, die am längsten gereift ist. Das ist die ganze Erklärung. Geil, oder? Wow, wow. Das ist geil, ja. Aber du hast jetzt mein Leben bereichert. Vielen Dank, Jens. Ja, dann jetzt habe ich schon den nächsten Kracher. Welches Sportprodukt wurde zum Start der Kontaktsperre am meisten gekauft? Eine Matte. Welches Sportgerät? Welches Sportgerät? Ich muss es vielleicht anders sagen. Ja, Matte kann bestimmt auch sein. Jetzt gehen wir mal ein bisschen davon an. Nee, anders. Welches Sportprodukt oder Gerät war am schnellsten ausverkauft? Sagen wir es mal so. Weil es auch grundsätzlich nicht die Stückzahl gibt. Das muss ich vielleicht dazu sagen. Ergometer. Ja, hatte ich jetzt auch gedacht. Aber da gibt es ja Stückzahl, würde ich sagen. Also etwas, was vielleicht bis dato in den letzten Jahren nicht so häufig gekauft worden ist. Warum auch immer jetzt plötzlich ausverkauft. Eine Matte für den Boden. Nee, so eine komische, so was wie Flo hat, so eine komische Klimmzugstange. Nee. Nein. Denk mal so an früher. Seilspringen. Ein Seil. Nee. Aber so ein Crunch-Ding. So ein Sit-Up-Ding. Nein, nicht diese geführten Crunch-Teile. Ja, genau. Nein, ich löse auf. Es ist vielleicht, ist auch so kompliziert eigentlich. Die Tischtennisplatten. Ich habe eine unten im Keller. Ja. Kriegst du jetzt wahrscheinlich richtig gut los bei Ebay, wenn du... Nee, aber es ist tatsächlich so. Tischtennisplatten wurden gekauft wie doof. Und natürlich gab es nicht so viele. Kein riesiges Angebot. Und die waren dann ratzfatz ausverkauft. Aber jetzt sagst du, du hast vollkommen recht. Wenn ich mit meiner kleinsten Tochter ja manchmal durch die Nachbarschaft ziehe, damit sie endlich einschläft in ihrem Kinderwagen, dann komme ich inzwischen an so vielen Tischtennisplatten, die in den Einfahrten stehen, vorbei. Du hast vollkommen recht. Ja. Sag mal, ist es nicht so, auch dass... Jetzt können wir schnell den Thema wechseln. Ab 4. Mai machen, glaube ich, die Friseure wieder auf. Ja. Spielt für mich ja überhaupt keine Rolle. Aber was glaubt ihr denn, wie lange es dauert, bis man da einen Termin kriegt? Ja, ich bin schon dran. Also ich habe heute meinen Friseur schon kontaktiert, tatsächlich. Also ich habe die Hoffnung, dass ich am 4. oder 5. spätestens dann diese Wolle da wegkriege. Ich überlege tatsächlich, ob ich mir auch eine Ritthammer-Frisur machen lasse. Man weiß ja nie. Mach das doch. Das ist einfach das Beste eigentlich. Weil das Schöne über dir ist, es wächst ja wieder nach, zur Not. Ja, ich hoffe es. Ich hoffe es, dass es noch so bleibt. Gott, du siehst aus wie Prinz Eisenherz, Jens. Wie sehe ich aus wie Prinz Eisenherz? Mit dieser Locke da vorne. Ich habe echt überlegt, ich habe überlegt, ich habe ja so einen Scheitel hier, ob ich hier mich traue, mit dem langen Haar rasiere, einfach hier komplett das Ding wegzukutten. Aber was machst du dann hinten? Weil hinten siehst du nichts und hinten, das sieht alles scheiße aus dann. Deswegen dann doch lieber Prinz Eisenherz. Die Players-Playlist müssen wir noch bestücken. Die einzige Musik-Playliste auf Spotify von Golfern für Golfer mit vielen Songs. In jeder Folge von T-Time, dem Golf-Podcast, haben wir neue Songs draufgepackt. Viele lustige sind drauf, viele nachdenkliche, viele emotionale, viele romantische, viele harte, viele softe, viele schnelle, viele langsame. Aber es ist einfach eine schöne Playlist. Ich habe einen Song für heute, habt ihr auch einen? Mir ist gerade ein ganz cooler eingefallen. Oh wow. Hau raus. Ja, dann macht ihr beide mal, ich brauche noch eine Minute. Weil ich bin ja immer ein Fan, dass es zur Thematik passt, wie ihr wisst. Wie wäre es mit Eminem, Cleaning Out My Closet. Das ist nicht schlecht, das ist gut. Das ist sehr gut. Es regen sich ja wahnsinnig viele Leute auch zu Recht auf, dass die ganzen Wertstoffhöfe zu haben, weil jeder will den drümpeln und die können es nirgends hinbringen, die Leute. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe auch einen, wieder einen alten Klassiker, der mir jetzt, ich weiß gar nicht, in irgendeinem Video mal wieder über die Ohren gehüpfelt ist. Ähnliche Richtung, PDD Bad Boy for Life. Oh ja. Ja, das passt zu dir jetzt. Der kommt noch drauf. Ja. Vor allem, wenn du dir diesen Schritt an deinem Scheitel entlang machst. Yeah. Ich habe auch einen, der hat mich, und deswegen, das passt auch jetzt perfekt, da Bernd hier jetzt mit dabei ist. Bernd, kannst du dich noch erinnern, als ich dich unten in Malaga mal eben abgeholt habe? Ja, kann ich. Wie die Open, das war nicht. Das war stark. Das war gut, ne? Da bin ich gerade irgendwie in Aix-en-Provence, wie auch immer das ausgesprochen wird, bin ich losgefahren und da hat er mich angerufen. So nach dem Motto, du, ich werde in Aix-Stunden in Malaga, wie schaut's aus? Ich gucke auf mein Navi, irgendwie so tausend Kilometer, neun Stunden, zehn, ich so, kein Problem, ich bin da. Ah ja. Und es gab ein Lied, ich bin so jemand, ich kann ein Lied absolut tot hören. Oh Gott, ich weiß, was kommt. Und da gab es das eine Lied, das hat mich zehn Stunden am Stück bis auf fünf Kaffeepausen da runtergetragen und das war keine andere als Helene Fischer mit Atemlos. Nein, come on. Ja doch, weil ich bin da wirklich durch die Sierra Nevada gefahren, durch die ganzen Berge und ich war wirklich so unterwegs, so auf dem Weg zum Bernd, so atemlos durch die Nacht. Also du hast quasi acht bis neun Stunden atemlos in Dauerschleife gehört. Danach war ich echt atemlos. Wow, das ist eigentlich, ich frage mich, was macht das mit so einem menschlichen Gehirn? Ja, kannte ich dich da schon, Flo? Wie lange ist das her? Du hast mich gekannt, ja. Das war das vor 2017, glaube ich. Nee, 18. War das 17? Nee, 17, genau. Nee, 17. Das war 17. 18 hatte keiner von uns irgendeine Karte. 17, okay. Wow. Na ja, acht Stunden Helene Fischer Atemlos macht was mit einem, das glaube ich schon. Ja, das glaube ich auch. Da ist einiges im Argen dann. Das kommt vielleicht erst alles noch raus. Das ist übrigens ein Funfact über den Flo. Also es weiß ja inzwischen wirklich jeder, dass der Flo nicht fliegt. Und das heißt, es gibt sicherlich keinen Golf-Profi in Europa, der mehr mit dem Auto unterwegs war in den letzten sechs, sieben Jahren als Flo. Und auch wirklich lange Strecken alleine zurückgelegt hat. Und jetzt rat, man müsste ja meinen, dass jemand wie Flo eine unfassbar lange und ausführliche Playlist hat auf dem Handy. Und wahnsinnig viel Musikauswahl in seinem BMW, wo auch noch super mit Bluetooth, Spotify, wo alles einfach ist. Oh Gott, ja. Seine Playlist besteht original aus vier Liedern. Atemlos. Also du hast ja wirklich, also das ist ja Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht, wie man das aushalten kann. Also wenn ich wirklich, wenn ich sage, ich müsste alle drei Wochen mal 1500 Kilometer fahren, dann würde ich aber da so viel Zeit in eine perfekt abgestimmte Playlist genauso. Da würde ich mir nachschauen, okay, wann bin ich irgendwo auf der Autobahn? Nach zwei Stunden 13 fahre ich auf die Landstraße, da muss der Tag ein bisschen ruhiger werden. Da würde ich richtig viel Zeit investieren. Aber der Flo macht einfach mit seinen drei bis vier Liedern da einfach zehn Stunden Autofahrt wett. Ja klar, ich muss ja auch irgendwie die zehn Stunden überleben. Das heißt, anstatt ein Lied für meine tägliche Fahrt nach St. Leonore und zurück, brauche ich halt für eine längere Strecke vier Lieder, damit ich da irgendwie durchkomme. Ist ja klar. Und dann warum auch immer zehn Stunden Helene Fischer? Das geht doch nicht. Das ist doch Wahnsinn. Ja, aber weißt du, ich kann dir sagen, was mich garantiert über jede Strecke erfolgreich begleiten könnte, aber das suche ich bis heute. Aufnahmen von deinen Programmen, als du noch als Radiomoderator gearbeitet hast. Ja. Da möchte ich mal Jens Zielinski's Best of, hätte ich da mal gerne. Das wäre sehr interessant, ja. Ja. Es gibt es tatsächlich, aber das ist im Giftschrank. Kein Scheiß. Aber ich habe tatsächlich letztes Mal meine erste Hitparade gefunden, die ich moderiert habe. Mit meinem Vater zusammen. Von 1983. Man versteht mich nicht, aber ich bin da schon eifrig mit am Start. 1983 hat es mir noch gar nicht gegeben, übrigens. Tja, da gab es schon die ersten Kassetten von mir. Die guten alten TDK-90er-Kassetten. Mein lieber Scholli. Und da war auf Platz 1, kann ich jetzt, weiß ich noch, es war, glaube ich, dann die Titelmelodie Annette Blyton, die fünf Freunde oder so, weil ich das damals dann wahrscheinlich angefangen habe zu hören. Irgendwie sowas. Irgendeine Kinderkassette, keine Ahnung. Aber später gaben dann diese ganzen Hits, Hits, Hits und der neuen deutschen Welle. Ich glaube, meine erste CD, die ich jemals hatte, war irgendwie Bravo-Hits 95 oder so. Wow. Ja, genau. The Dome oder Bravo-Hits. Aber ich weiß noch, da war Scooter. Auf jeden Fall war auf dieser ersten CD von Scooter, How much is the fish, drauf. Das war deine erste CD. Vielleicht war es auch 97 oder 96 oder so. Wow, krass. Das ist übrigens eine Frage, die wir definitiv beantworten sollten. Wie viel kostet der Fisch? Das haben wir doch gegoogelt, wir zwei. Als wir in Tschechien waren letztes Jahr. Weißt du das nicht mehr, Fluch? Ich weiß die Antwort nicht mehr. Wir haben das, und da gibt es eine Antwort. Was kam raus? Ich weiß es nicht mehr. War nicht so teuer. Ich glaube, das lögen wir einfach in der nächsten Folge auf, wie viel der Fisch gekostet hat. Wir gucken mal, ob HP Baxter vielleicht für die nächste Folge zur Verfügung steht, dann können wir ihn selber fragen. Also Konzerte gibt es sicherlich nicht zur Zeit. Eben, auch nicht zur Zeit. Genauso wie die Phantas. Wir könnten jetzt Hausmarke nochmal anhauen, ob er jetzt endlich mal Zeit hat. Die haben heute auch rausgehauen, logischerweise, dass ihre große Stadion-Tour auch erstmal verschoben wird. Ich hatte Karten, aber sie bleiben ja gültig. Von daher gesehen, alles gut. 30 Jahre Fanta 4 dieses Jahr. Das ist ein großes Festival. im Stadion zum allerersten Mal. Beim VfB. Die haben ja auch eigene Loge beim VfB, gell? Da kann man reingangen. Kannst du bitte in der nächsten Folge mit dem Dialekt moderieren? Wir müssen halt eine Folge machen. Die Dialekt-Folge. Welche Weltband hat in der Allianz-Arena eine Loge? Weiß ich nicht. Ja, keine. In Stuttgart, die Phantas haben eine eigene Loge. In der Allianz-Arena, da kann man sich nicht einfach so nur mit Geld einkaufen. Da muss man auch Charakter und Stil haben. Da muss man Charakter und Stil haben. Ist okay. Wir sprechen nicht drüber. Da haben wir eh immer totschlagende Argumente auf beiden Seiten. Geht sowieso nicht voran. Guti, dann haben wir schon einiges wieder besprochen. Für diese Woche. Ja. Und hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder. Dann haben schon die ersten kleinen Läden wieder auf in Germany. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Ich bin echt ein bisschen... Also in Österreich hat es ja anscheinend... Ist ja gar nichts passiert. Irgendwie, weil die Leute dann doch noch irgendwie Schiss hatten, in irgendeinen kleinen Laden reinzugehen. Also da ist ja erstmal nichts Großes passiert. Ich bin gespannt, wie das nächste Woche in Deutschland sein wird. Ich glaube, die ersten, die so richtig überrannt werden, sind tatsächlich die Friseure. Das glaube ich echt, dass da jetzt dann voll die Panik auf Termine ausbricht. Alles andere, glaube ich, wird sich erstmal in Grenzen halten, habe ich so das Gefühl. Wahrscheinlich. Aber ja. Jetzt haben wir es. Das war Tea Time Nummer 29. Nächste Woche feiern wir wieder einen kleinen Geburtstag, Herr Fritsch. Dann hätten wir schon Folge 30, mein lieber Erzungswein. Wir rasen auf die nächsten großen Festivitäten zu. Wir überlegen uns, wie wir das feiern nächste Woche. Vielleicht mit einem kleinen Corona. Was für ein schlechter Witz nach all diesen Worten. Ja, der war echt schlecht. Ich bin noch nie der Spontane gewesen. Ich musste früher auch immer die Gags aufschreiben. Wer, sollen wir uns einen anderen Moderator holen? Ja, ich denke, es ist an der Zeit. Ja, frag doch Helene, ob sie Zeit hat. Dann könnt ihr auch... Für einen 10-Stunden-Podcast. Genau, dann gibt es 10 Stunden Tea Time mit Helene Fischer, um Gottes Willen. Naja, aber das Cover des Podcasts sähe wahrscheinlich geil aus. Das muss man zumindest mal sagen. Solange wir nicht draußen fliegen. Dein Haar hat aktuell echt eine... Also ich muss sagen, dass... Vor allem, wenn man euch beide nebeneinander tut, also Bernd und dein Kopf Jens, also Bernds und Jenses Kopf nebeneinander, das ist dann wie dieses Yin-Yang-Zeichen da. Das ist schwarz und weiß. Also das ist, glaube ich, schon so eine Folge von diesem Helene Fischer überdosis Ding da. War das jetzt ein Kompliment oder ein krasser Diss eigentlich? Das überlasse ich auch. Das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Das überlasse ich auch. Ja, super. Naja, egal. Wir denken drüber nach, hören uns nächste Woche wieder. Danke für heute. Folgt uns auf Instagram, da halten wir euch auf dem Laufenden. Und wenn sonst noch irgendwas ist, schreibt uns, macht irgendwas. Das aber bleibt vor allen Dingen zu Hause und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss. Schreibt uns, liked uns. T-time.golf T-time, der Golf-Podcast. Auch auf Facebook und Instagram. T-time. T-time ist eine Produktion von PodEva. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.